In einem Auto soll es möglichst leise sein, so dass ich mich gut unterhalten oder im Ruhe Musik hören kann. Bei Autonium entwickeln wir Teppissysteme für Fahrzeuge, die dazu beitragen, störende Geräusche vom Motor oder von der Straße zu reduzieren. Mit meinem Team forschen wir, wie können wir unsere Teppis noch besser machen. Ein gutes Beispiel, wir haben die Innovation Delight im Markt gebracht und das ist eine riesige Erfolgsgeschichte geworden. Die Fassen von unserem Delight Teppis sind dünner als ein Haar. Gleichzeitig sind sie aber extrem widerstandfähig, so können wir das Gewicht eines Autos verringern und somit den Sebo-2-Ausstoß minimieren. Der Delight Teppis wird zu 97% aus recyclierten Plastikflaschen hergestellt. In den letzten vier Jahren konnten wir über 300 Millionen Plastikflaschen für unseren Nadelfließteppis verwenden. So schonen wir die Umwelt und die natürliche Ressourcen. Ich arbeite gerne in der Industrie, denn ich stelle etwas her, das man anfassen kann und das im täglichen Leben einen Nutzen bringt. Ich bin schon seit über 20 Jahren in der Branche tätig und seit über 12 Jahren bei Autonium. Langweilig ist es mir noch nie geworden. Ich frage mich immer, was kann ich noch besser machen? Das motiviert mich, neue Wege zu gehen. Nachhaltigkeit Untertitelung des ZDF, 2020